So Leute, das ist die Bat-Höhle, die geile Höhle vom Batman, da sind lauter Fledermäuser in der Höhle, das ist voll cool. Fledermäuser, hier die Fleikthunde ist interessant, die Fledermäuser. Fledermäuser, Angstschüsser. Charlie, aus. Jetzt kommt die Fledermäuser in die Bat-Höhle. Batman, es ist kockiert für dich. Hey Leute, das ist ein... Wollen wir die Leute? So... So... Und dann... Ah... Fuck... So... Ja, scheiße gemacht. Ich kann nicht mehr zufrieden. Komm, wir waren raus. Das war aber falsch. Die Kinder waren raus. Ich glaube, ich muss doch nicht. Willst du Müll wieder mitnehmen? Aber nicht rein. Willst du mit durch oder? Ich weiß nicht, was da los ist. Der Papa kommt da vorne wieder raus. So, jetzt kommen wir hier rein. So, jetzt kommen wir hier rein. Okay. Ist doch cool. Ja, natürlich war es so cool hier. Guck mal. Das ist die Betthöhle. Vorsicht. Das ist die Betthöhle. Was ist das?! Was ist das? Ich weiß nicht, was ist das? Was war das? Eigentlich. Die Betthöhle! Egentran ist das die Betthöhle! Die sind überall, die sind sicher, wo man sagt, überall. Wahnsinn, eins, was ich, was ich, die fliegen. Batman! Das ist Batman, oder? Leute, das ist eine Betthöhle. Warte, Mann. Das war cool, ja. Das war ja cool, ja. Ist man schon hier, oder? Ja, ich weiß nicht. Oh, ja. Cool. Das ist ein Schlipper, jedenfalls. Stoße in die Kuppe. Das ist ein Schmerz, oder? Das wäre schon so, ja. Das wäre schon so, ja. Das ist ein Schmerz. 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 Was waren da so viele Menschen drin jetzt? Das ist die Betthöhle. Batman, wo bist du? Birdman. Haben sie echt schon gemacht, die Betthöhle? Die Betthöhle? Wer ist die Betthöhle? Das ist das Schmerz. Ich bin Batman. Oh, da liegt einer... Batman? Ja, die sind mal enger. Warum liegt einer am Boden? Vorsicht, da liegt einer auf dem Boden. Da liegt einer auf dem Boden. Nicht draufdrehen, die liegt auf dem Boden. Nicht draufdrehen, die liegt auf dem Boden vor euch. Nicht draufdrehen. Ich verstehe etwas und unterscheiden was. Ja, die liegt auf dem Boden. Wir machen nix. Schön, oder? Ja. Das mag ich. Die Betthöhle. Das sind glückliche Filmmäuser, die die alle so fressen. Die können schlafen. Das sind schöne Filme. Das ist schön. Ich hab schon ein bisschen rumgespricht. Ich hab schon ein bisschen rumgespricht. Ich hab schon ein bisschen rumgespricht. Das ist für wenige. War schön. Da sind sie. Ja. Wow. Ist das wäckig? Sehr schön. Sehr schön. Da ist er oben. Da ist der Punkt da. Ach süß! Hä? Ja, ist ein süß, ne? Wie viele weisse. Ohhhh. Die können ja hier aufziehen. Keine Feinde. Fressen. Haben sie ja genug. Das sind echt süß, die Vögel. Die fleren, weiß ja nicht. Ja, weiß ja nicht. Die können sich ausflegen. Keine Feinde, fressen. Haben sie ja genug. Vorsicht! Klasse! Klasse! Ja, ja, ich mach euch mal. Ja, das ist ein Trüller. Ja! Ja, das ist ein Trüller! Ja! Ja, es ist ein Bad-Dude, es ist ein Bad-Dude, Bad-Man, wo ist der Fall hin? Bad-Man, was ist der Fall hin? Was ist der Fall hin? So, Alter! Dann müssen wir raus. So, ich sehe keine Schlemmersatz kommen. So. Ich habe Batman gesüchtet. Oder bin ich Batman? Und das Robin, der Charlie.